heute ring elite talk am donnerstag ich habe absolut geile neuigkeiten wir auch schon mit sicherheit mitbekommen habt hat argon absolute fisch an land gezogen und zwar boxt vincenzo guletteri gegen es queer falcao um die vakante ibf weltmeisterschaft das ist mal eine geile nummer muss ich euch sagen agon arbeitet ja wirklich schon jahrelang mit absoluten top boxern zum beispiel jack kulkay sammer jaydi thomas picicillo björn schicke williams galt also wirklich ganz absolute top pferde im stall hat er hat der ingo volkmann am start und es freut mich ganz besonders weil der wirklich gute arbeit macht und kommt mit vincenzo guletteri hat er jetzt hat die möglichkeit natürlich ganz ganz große fisch an die angel zu bekommen im mittelgewicht startet der golf gehen hat den titel niedergelegt und ist seine möglichkeit boxen um die wirkannte weltmeisterschaft der ibf der gegner es queer falcao ist ein brasilianer hat 30 kämpfe 20 ko siege ist 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 ein guter mann meiner meinung wäre er machbar noch man muss mal schauen wenn der kampf wirklich tatsächlich zustande kommt wovon ich ausgehe gibt es bestimmt ein geiler fight der junge der hat sich wirklich über über jetzt die letzten zwei jahre zwei drei jahre hat er sich richtig hoch geboxt vincenzo guletteri hat mittlerweile 20 21 sieben rekord also sieben ko siege also nicht dass er sieben verloren hat also wirklich eine absolut geile nummer freut mich absolut für die wo der kampf jetzt letztendlich stattfindet wissen beide noch nicht dass da müssen die sich noch mal zusammensetzen aber für vincenzo freut mich ist ein guter junge absolut geile möglichkeit freut mich absolut für den dass er so die möglichkeit bekommt diesen kampf wirklich zu machen da werden noch mal paar prozent mehr aus dem körper raus geholt werden hat ein absolutes geiles team hinne dran hat geile spachingspartner weiß nicht was da noch alles aus dem petto holen um wie gesagt also freut mich absolut für die für ihn vincenzo von mir hast du die absoluten glückwünsche für ab dass du diesen kampf machen kannst zieht dir eine fette beute mit nach hause wenn du diesen kampf kriegst und freut mich absolut dass wir da mal wieder einen am start haben der auch boxen kann der deutscher meister war ich kenne diesen jungen ja von klein auf habe ihn schon bei den amateuren mit beobachtet weil damals mein einer junge der damals mit rado waren und teilen zeuge ja auch im jahrgang jünger war und dann hatte ich ihn schon im auge ein ganz ganz toller junge freut mich ganz besonders für auch ingo volkmann für das agon team habt ganz ganz gute tolle arbeit gemacht von mir gibt es absolut daumen hoch und freut mich absolut für euch dass ihr den fisch an land gezogen habt schreibt bitte kommentare darunter wie ihr das findet was mit vincenzo ist ob ihr das gut findet ob er es schlecht findet oder ob ihr wieder natürlich was zu meckern habt ich bin einer ich bin sehr sehr direkt ich sage es wird nicht einfach aber es ist eine machbare aufgabe es ist eine absolute machbare aufgabe da hat er die chance sich zu etablieren ganz oben in der welt und wenn er den schlägt dann finde ich richtig geil also wie gesagt an agon die glückwünsche von mir vincenzo glückwünsche von mir dass ihr den fisch an land gezogen habt freut mich ich habe noch ein zweites habe noch ein zweites thema heute ich habe heute denn noch den michael eifert vom srs box team der hat der box heute gegen gene pascal der kampf wird am 1 uhr wird er live übertragen auf mdr für den jungen freut es mich auch es ist sehr sehr fleißig auch sympathischer junge hat auch einen guten und guten löwen im rücken mit ss und steinfurt macht ja auch seine sache schon jahre bringt ja immer gute leute raus und hat auch im deutschen fernsehen immer für furore gesorgt mit guten kämpfen mit stieglitz und noch mehrere leute die er da hatte jetzt hat noch roman fress und ja was weiß ich was alles jetzt noch am start hat hat mich jetzt nur auf michael eifert eingeschossen macht er gut die boxen im place bell in der arena boxen die in kanada da war ich damals auch mit meinem antonio hoffmann der damals bei mir geboxt hatte mit dem ist eine geile arena hat der alt aber auch wirklich wirklich eine ganz harte nuss zu knacken mit jean pascal der mittlerweile auch in 36 6 1 rekord hat 20 siege das ist schon eine hausnummer der hat die mit republik wohl nur nach punkten verloren das müsst ihr euch mal überlegen hat sergey kovalev zweimal geboxt zweimal vorzeitig verloren denn chat darwin hat er geboxt und karl frosch hat er geboxt also der hat wirklich 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 ganz starke leute geboxt und michael eifert hat 11 1 4 rekord 4 ko sie ist ein ganz ganz toller junge beobachte ich hat einen guten trainer den ali schelig der möchte ich auch mal hier erwähnen macht auch immer seine sache wirklich gut ich meine zu wissen er hat 2018 sein profi debüt gemacht und hat jetzt wirklich nach wirklich lange jahrelange arbeit hat er dann wirklich mal die möglichkeit einen fetten fisch an land zu ziehen wir schauen mal eifert hat eine niederlage gegen die jams g sohn ich glaube das war der dom dom jams g war eine enge kiste zweimal kann man sehen wie man will ja hat er da ja er hat jetzt halt auch noch keine besonderen namen geboxt außer den adriano speriano hatte jetzt noch nichts großartiges geboxt ich wünsche ihm aber von mir aus die größten glückwünsche und eine richtig fette beute nach deutschland also junge wenn du das wenn du da einen geilen fight nur ab lieferst hast du daher von mir hast du generell den höchsten respekt darüber zu fliegen nach kanada da wirst du mal sehen das sind ein paar tausend zuschauer da ich kenne mich ich war da selbst mal 216 drüben die sind absolute box fernartiger wichtig ist halt kriegst du von mir mal ein kleiner tipp ich habe auch schon ein bisschen geboxt nicht so viel und aber ich habe auch mal vor 5000 zuschauer geboxt da wird man schon ein bisschen nervös blende es aus sie die nummer durch von mir hast du auch die besten glückwünsche die du haben kannst und von meiner seite halt auch wünsche ich dir das beste glück und dass du halt auch gesund aus dem ring raus kommst weil das ist halt auch noch mit das wichtigste ja wie gesagt das sind zwei absolute geile neuigkeiten die ich habe von euch für euch die jetzt am start sind schaltet ein heute abend mdr um mdr wird der kampf live übertragen freut mich für ulf steinfurt wieder dass er damals wieder so eine nummer durchzieht und man muss den jungen auch mal kämpfe besorgen dass die leute nicht immer was zu kritisieren haben ich bin natürlich einer ich stehe da natürlich komplett hinten dran weil die zeigen jetzt mal du mal putter bei die fische und mit immer diese ganzen kämpfe da die da gekauft sind und die da not gegen elend box da sind jetzt wirklich zwei kämpfe da sollte man auch als deutscher zuschauer oder alle zuschauer in deutschland sollte man mal ganz einfach mal den jungs mal wirklich hinten hinterm rücken stehen und nicht ganz einfach ja und wieder alles schlecht reden für michael eifert wird das ding natürlich eine ganz ganz harte nummer habe ich ja auch gesagt in facebook habe ich geschrieben wird eine ganz ganz schwere nummer für ihn aber von mir aus zieht das ding durch und ich wünsche dir die besten glückwünsche noch mal so das war heute live aus paraguay von meiner seite her möchte ich jetzt auch beenden ich möchte hier wiederum mein pc service kleinmann erwähnen aus paraguay wir haben wieder eine gute nummer durchgezogen letzte woche und heute möchte ich das ding abbrechen möchte hiermit noch mal mein ringelite de shop erwähnen da kann man alles erwerben was boxsport artikel und kampfsport artikel betrifft ich möchte leute die mich mögen und nicht mögen einfach meinen kanal abonnieren setzten like drunter und tut die rote glocke leuten und ganz ganz liebe grüße aus paraguay ciao ciao ciao